Im Bahnhof Zell am See ist das Umsteigen zur Pinzgauer Lokalbahn ganz einfach. Die Pinzgauer Lokalbahn fährt vom Bahnsteig 11 um 12 ab, das ist die Verlängerung vom Bahnsteig 1. Grüß dich. Grüß dich, servus. Ein Radl jetzt zum mitnehmen? Gerne, ja, schauen wir vielleicht zum Radl. Wenn du ein Fahrrad mitnehmen möchtest, reservier spätestens einen Tag vor deiner Reise einen Stellplatz im Zug. Und wichtig, bitte Packtaschen entfernen. Servus. Grüß dich, an meinem Kimmel bitte. Du erhältst dein Ticket ganz einfach beim Zugpersonal und kannst ihn bar oder mit Karte bezahlen. Musik 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 Musik